Bevor wir uns die Future Skills genauer anschauen, stellt sich die Frage, warum es jetzt und in Zukunft offenbar andere Skills braucht als in der Vergangenheit. Die Antwort ist auf den ersten Blick sehr einfach, weil sich die Welt und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern, nicht zuletzt aufgrund der digitalen Transformation. Doch was meint das genau? Wir leben stärker als noch vor einigen Jahren in einer sogenannten VUCA-Welt. VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Damit beschreiben wir unsere zunehmend unbeständigere, unsichere, komplexere und mehrdeutigere Welt. Volatility beschreibt die hohe und zunehmende Geschwindigkeit von gesellschaftlichen Veränderungen. Unser Leben ist unbeständiger, unberechenbarer, aber auch lebhafter geworden. Langfristige Planung wird immer schwieriger. Viele Beispiele, die ich im folgenden Probegriff nennen werde, wirken in allen vier Ebenen. Aber ein gutes Beispiel für Volatility sind Start-ups wie zum Beispiel Uber oder Airbnb, welche unsere Welt in kürzester Zeit verändert haben und entsprechend auch die Bedürfnisse von uns Kundinnen und Kunden beeinflusst haben. Uncertainty beschreibt die vermehrt unklaren, unentschiedenen, unsicheren oder gar ungewissen Zustände, welche wir in unserer Arbeitswelt, aber auch im Privaten wahrnehmen. Erfahrungen aus der Vergangenheit verliehen an Relevanz und sind kaum mehr als Grundlage geeignet, um Prognosen für künftige Entwicklungen zu machen. Exemplarisch hierfür sind Kryptowährungen oder die Einflussnahme auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten 2016. Complexity beschreibt Gegebenheiten, welche von mehreren sich gegenseitig abhängigen und beeinflussenden Faktoren geprägt sind. Unser Leben ist verflochtener, vielleicht unübersichtlicher, aber auch differenzierter und ganz sicher vielfältiger geworden. Exemplarisch hierfür sind zum Beispiel IT-Infrastrukturen oder die Notwendigkeit der ständigen Aktualisierung auf neue Soft- und Hardware. Ambiguity beschreibt die vielschichtigen, variablen und sich teils widersprechenden Situationen, in denen wir uns befinden. Nicht alles ist schwarz oder weiss. Unser Leben ist mehrdeutiger, unklarer, widersprüchlicher, aber auch voller Möglichkeiten geworden. Exemplarisch dafür ist der permanente Austausch über verschiedene digitale, soziale Medien und Kanäle und trotzdem gibt es viele Menschen, die sich einsam fühlen. Diese vier Faktoren erfordern neue Kompetenzen von Menschen, die diese Welt gestalten und in ihr leben. Future Skills sollen helfen, dass wir uns in der VUCA-Welt frei und mündig weiterentwickeln können. Als Future Skills werden oft die 4K genannt. Diese Kategorisierung hat sich im deutschsprachigen Raum durchgesetzt. 4K steht für Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Es sind vier Schlüsselkompetenzen, die in einer Kultur der Digitalität zum Lernen, Leben und Arbeiten wichtig sind. Also die Kompetenzen, die wir im 21. Jahrhundert unbedingt haben sollten. Kommunikation. Hier geht es nicht einfach darum, dass wir unser Smartphone zum Kommunizieren bedienen können, sondern vielmehr darum, dass wir eigenes Denken, eigenes Lernen und eigenes Tun und Anwenden teilen und kanalspezifisch kommunizieren können. Die Kommunikation ist vermutlich das am meisten unterschätzte K, denn sie hat sich durch die Digitalisierung ganz gravierend verändert. Allein die Einführung der SMS bedeutete ein Umbruch in der Kommunikation. Heute muss jede und jeder von uns in den verschiedensten Formen kommunizieren können und mit den neuen und immer neu dazukommenden Medien umgehen können. Kollaboration. Hier geht es darum, dass wir mit anderen zusammen denken und lernen und anwenden können. Der digitale Wandel hat die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, stark verändert. So sind heute beispielsweise die Videotelefonie, die Bearbeitung von Cloud-basierten Dokumenten in Echtzeit, die multimedialen Produktivitätsstools für Teams und verschiedene Online-Communities aus unserem Arbeits-, Studier- und Privatalltag kaum mehr wegzudenken. Viele Produkte von unterschiedlichen Anbietern prägen unseren Alltag und zum Zeitpunkt, wo sie gerade dieses Modul durcharbeiten, gibt es bereits zahlreiche weitere Entwicklungen. Kreativität. Hier denkt man vielleicht zuerst an künstlerische Aktivitäten, an geniale Erfindungen. Dabei geht es darum, dass wir Neues denken, Neues lernen und dies auch anwenden können. Eine volatile und komplexe Welt verlangt kreative und neue Lösungen. Das Übertragen von Wissen in neue Zusammenhänge führt zu Innovation und hierfür brauchen wir Möglichkeiten für experimentelles Arbeiten und damit verbunden eine Fehlerkultur, die uns zum Experimentieren ermutigt. Kritisches Denken. Hier geht es nicht einfach darum, dass wir Dinge möglichst kritisch betrachten und dies deutlich zum Ausdruck geben. Sondern vielmehr darum, dass wir selbst denken, selbst lernen und selbst tun und anwenden können. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, Falschnachrichten oder Desinformation von echten Nachrichten zu unterscheiden. Und wir wissen, gerade wenn wir uns zunehmend in unseren Bubbles bewegen, wie gefährlich es sein kann, wenn wir das in der Bubble als stimmig anerkannte Wissen nicht mit Personen ausserhalb der Bubble austauschen und nicht mehr kritisch hinterfragen. Eine weitere und immer wichtigere Fähigkeit ist zudem das Boundary Management. Je mehr sich auch aufgrund der digitalen Möglichkeiten unser Arbeits- oder Studienalltag mit unserem privaten Alltag verflechtet, umso wichtiger werden unsere Strategien, um Grenzen zu ziehen, um sie aufrecht zu erhalten und auch, um sie immer wieder neu zu verändern. Vielleicht fällt Ihnen dabei auch der verwandte und wohl bekanntere Begriff Work-Life-Balance ein. Unter Work-Life-Balance wird eine Ausgewogenheit der Lebensdomänen Arbeits- und Privatleben verstanden, mit dem Ziel, die Lebensqualität zu maximieren. Das Boundary Management hingegen befasst sich mit der Handhabung, der Setzung, der Verschmelzung und der persönlichen Grenzen zwischen diesen Lebensdomänen. Menschen sollen auch dank Future Skills zu Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft werden. Future Skills bedeutet nämlich nicht nur, flexibel auf die Zukunft reagieren zu können. Es bedeutet vor allem auch, die Zukunft eigenverantwortlich und selber zu gestalten. Das Boundary Management